Aufgrund zunehmender Datenschutzverletzungen und kostspieliger Strafen für die Nicht-Einhaltung sich ändernder Standards ist Data Governance zu einem Top-Thema geworden. Viele Länder und sogar einzelne US-Bundesstaaten führen eigene Versionen der DSGVO ein, um die personenbezogenen Daten ihrer Bürger zu schützen. In vielen Unternehmen besteht die Strategie aktuell darin, Tabellen manuell zu taggen und monatlich oder jährlich zu bereinigen. In großem Maßstab ist das jedoch nahezu unmöglich. Eine Suchanfrage für Audits kann ein komplettes Team Tage oder sogar Wochen beschäftigen. Stellen Sie sich vor, Sie finden mehr als 20.000 Sozialversicherungsnummern in einer öffentlich zugänglichen Datei. Wie lange würde es wohl dauern, bis Sie diese personenbezogenen Daten zugeordnet hätten? Mit Rubrik können Sie Informationen zur eindeutigen Identifizierung von Personen in ihren unstrukturierten Daten schnell erkennen. Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, über welche Art von personenbezogenen Daten Ihr Unternehmen verfügt, zum Beispiel Kreditkarten oder Sozialversicherungsnummern oder aber nicht öffentliche Gesundheitsdaten und wo diese gespeichert sind. Ein aktuelles Inventar wird automatisch erstellt, um aktuelle und zukünftige Compliance-Anforderungen zu unterstützen. Sie können entweder sofort loslegen, indem Sie vordefinierte Policy-Vorlagen verwenden oder aber individuelle Analyzer erstellen, die spezielle Geschäftsanforderungen erfüllen. Natürlich alles ohne Ihre Betriebsumgebung zu belasten. Keine zusätzlichen Tools oder Infrastrukturen sind erforderlich. Wir helfen Ihnen, mehr Wert aus Ihren Backup-Daten zu schöpfen. Mehr dazu auf rubrik.com slash datagovernance